Maximiere dein Einkommen mit PumpSolution. Einfach 1 Dollar minus 10.000 Dollar verdienen. Anleitung plus Code. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute tauchen wir in eine aufregende Möglichkeit ein, wie ihr mit minimaler Anstrengung zwischen 1 und 10.000 US-Dollar verdienen könnt. Klingt so gut, um wahr zu sein? Bleibt dran, denn ich zeige euch, wie es geht. Die Chance. Vor einiger Zeit stieß ich auf ein Airdrop-Programm, das zunächst unter meinem Radar flog. Doch als ich tiefer grub, fand ich heraus, dass es Gold wert ist. Die Rede ist von PumpSolution, einer Plattform, die nicht nur innovativ ist, sondern auch das Potenzial hat, euer Einkommen spielerisch zu steigern. Ihr fragt euch, was PumpSolution genau ist? Ich empfehle, sich direkt auf deren Website einzulesen, denn die Details sind faszinierend. Der erste Schritt. Was müsst ihr tun? Ganz einfach. Folgt dem Link in der Videobeschreibung, registriert euch und entdeckt das MarketPoint-System sowie die spannenden Aufgaben, die PumpSolution bietet. Ihr findet dort auch einen NFT-Markt, was besonders für Sammler und Trader interessant sein dürfte. Exklusiver Einblitsch. In einem Flussdiagramm könnt ihr sehen, wie sich PumpSolution in das L2-Blessch-Netzwerk auf der Vee-Plattform einfügt. Es ist eine reiche Quelle an Informationen, die euch helfen wird, das Protokoll von Grund auf zu verstehen. Besonders beeindruckt hat mich das Ultimate Via Generate-Feature, das es ermöglicht, auf dem Markt Punkte zu generieren, ähnlich wie auf dem walisischen Markt, wo man auf Preise von Protokolleinführungen spekuliert. Die Unterstützung. Interessanterweise wird dieses Protokoll von Binance Labs und dem Unternehmen selbst entwickelt. Erfahrungen zeigen, dass Projekte, die von Binance Labs unterstützt werden, eine hohe Erfolgsquote haben. Das macht PumpSolution noch attraktiver. Teilnahme und Gemeinschaft. Die Teilnahme ist denkbar einfach. Nach der Anmeldung könnt ihr direkt Punkte sammeln. Über euren persönlichen Empfehlungscode könnt ihr Freunde einladen und so eure Punktezahl weiter steigern. Nicht zu vergessen, während des Airdrop-Schnappschusses besteht die Chance auf zusätzliche Einnahmen. Außerdem gibt es eine aktive Telegram-Gruppe mit über 51.000 Mitgliedern, in der ihr euch austauschen könnt. Also, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, diese Gelegenheit klingt für euch genauso spannend wie für mich. Vergesst nicht, den Link in der Beschreibung zu nutzen und den Code einzugeben, um euren Start zu beschleunigen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie es für euch läuft. Bis zum nächsten Mal!